hallo ihr lieben und einen wunderschönen ja was soll ich sagen silvester abend eigentlich schon ist ja gleich soweit gut dann würde ich sagen nicht lang schnacken wir haben in der letzten folge genug geredet oder besser gesagt ich habe genug geredet und wir werden jetzt hier mal richtig schön das tun was ich am besten glaube ich kann bauen bauen und nicht ärgern so wir hatten ja oder besser gesagt ich hatte ja die idee dass wir hier ein schönes kleines wasserschlösslein für die frau sonnenschein bauen und da würde ich sagen gehen wir es mal an wir schaffen erstmal hier fakten und die fakten bedeuten die insel muss kahl werden also nicht kahl sondern kahl und deswegen haben wir hier mal den special trick über die ach ja vielleicht sollte man erst mal land kaufen ok ja gut gut das wird jetzt das wird aber teuer die frage wie machen wir es ja wir müssen investieren ich sollte vielleicht im vorfeld erstmal schauen dass wir noch ein bisschen mehr kohle rein kriegen wartet mal wartet mal wartet mal wartet mal wir lassen jetzt hier erst mal noch ein bisschen ja was bauen ja es silvestert also wenn ihr ein paar bölle hört ja was soll ich sagen baue ich hier noch mal an setze ich das hier noch mal ein bisschen an das werden wir sowieso im nachgang noch ein bisschen umbauen hier wenn denn soweit ist aber ich setze mit hier mal ein paar dinger noch mit dran so schatzkammer können wir doch locker noch mal schatzkammern hier erweitern was bringt uns das 150 150 60 150 ich brauche irgendwas was dazu passt ne machen wir es mal so lassen wir es mal hier so abschließen oder dann eher so ja eher so genau das machen wir jetzt bringen wir schon 250 ne macht er nicht gut dann 270 und davon bauen wir jetzt mal die drei lassen wir uns jetzt mal hier ein bisschen bauen und dann würde ich sagen gönnen wir uns mal die frage gehe ich hier um für eine schöne große brücke bräuchten wir eigentlich hier die breite seite deswegen würde ich sagen wir nehmen uns 250 15 die woche wir nehmen uns den teil den teil den teil stürze uns jetzt in den ruin so machen wir das so ich stürze uns in den ruin gut dann würde ich sagen kann ich jetzt anfangen hier mal ein bisschen das weg zu machen das zack so äh wurscht vollkommen egal brauchen wir jemand schönes großes nehmen wir doch mal nehmen wir doch mal das hier so ein paar bleiben also stehen so bauen und gleich wieder ein abbreisen und weg ist es oh ja gut den lassen wir jetzt drauf okay dann sollte hier eine brücke gebaut werden das wäre mal so das a und o ähm ich bin gerade am gucken sollte schon noch von der flachen seite her kommen das wäre nicht schlecht das wäre nicht schlecht dann habe ich ja gesagt eigentlich dass wir das ein bisschen noch ausgleichen wollen mit aber dann das geht ja nicht es gibt ja keine die hier so schräg hoch bauen wir machen jetzt erstmal eine provisorische brücke dass der jeffrey und seine leute hier mal rüber kommen können und die richtige brücke bauen wir dann im nachgang ja ist eine gute idee das ist eine gute idee brü so brü brücke hä brü brü holz oder so setzen wir mal hier an zack ziehen wir das ganze dann mal hier so rüber zack das reicht erstmal und lassen wir das ganze mal bauen so das passt und dann brauche ich natürlich noch ein bisschen hier so ja was soll ich sagen ähm bisschen ähm machen wir das so das ist der Weg ein bisschen weit ich würde fast vorschlagen damit der Bautrupp nicht so weit laufen muss haben die das dann hier vor Ort setzen wir uns mal hier eine Bauhütte hin so ach komm ach das ist alles was ist das jetzt auch noch oder das ist ja doof das ist ja doof komm wir gönnen uns ja sonst nie was bin ja sonst immer eher so der knausrige okay ähm gut dann setzen wir mal die Bauhütte hier so hin so so tada eine Bauhütte das passt da hole ich mir mal drei Leute her das passt und wir setzen uns gleich noch ein schönes Lager dahin für diverse Materialien Kleine Lager großes Lager müsste eigentlich ein kleines Lager als Durchlauf Posten eigentlich reichen das setzen wir hier so hin dann wenn nicht so so machen wir das nicht äh schluck auf warte mal mhm so 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 Tür daneben zack bauen bitte dann bekommen die noch einen Brunnen Brunnen den setzen wir hier so hin so zack bauen okay so dann die Zeit mal hochdrehen in der Hoffnung dass da auch mal jemand kommt nö läuft vorbei okay doch ja eine Geschichte kann gehört werden die nehmen wir noch mit fröhliche Dorfbewohner ausgezeichnet so soll das sein so passt das der Weg ist halt schon recht lang der Weg ist da schon recht lang aber da müssen wir jetzt erstmal durch für den Anfang da müssen wir jetzt erstmal durch aber das schaffen die schon und wir haben ja heute zwei Stunden gemütliches Gameplay okay da haben wir also Zeit mhm Zeit für einen leckeren Kaffee so wie sie sich das gehört jetzt bin ich überlegen ob wir denen hier noch ein Haus hin bauen und event aber für den glauben müssten sie ja auch ewig weit laufen also von daher ist das glaube ich Quatsch aber wir geben ihnen noch die Möglichkeit hier rüber muss ich da auch wieder Land kaufen wir machen nochmal eine zweite Brücke Brücke um ihnen vielleicht den Weg ein bisschen abzukürzen schauen wir mal ob sie es auch wirklich so annehmen setzen wir hier nochmal eine drüber so hallo so ja bauen so dann haben wir die Insel schon mal erschlossen das ist ja nicht verkehrt das passt ja soweit dann das ist die Frage machen wir das mit Plateaus oder machen wir es ohne hm wollen wir mal gucken da muss ich mal gucken aber jetzt sollen die dann erstmal hier ein bisschen rum bauen auch ja wird gerechnet und gezeichnet das ist okay da kommt keiner ok gut Schauen wir mal, warte mal, klar, ach ne, war ja Töre, ich nenne es ja bloß immer Plateau, Töre, Tö, da, so, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, Gras und Runtersteine, ne, 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 wir brauchen Stein blockieren, ausgestatteter Stein, wir nehmen mal den ausgestatteten Stein und wir nehmen die modularen Blöcke, diese hier, da muss ich mal gucken, ich setze mal den Anfang hier hinten, würde ich sagen, hier so hin, da ist dann Schluss, so würde ich es machen, so, bisschen höher, nicht zu hoch, lassen wir das mal auf der Höhe, Wie ist es von der Ausrichtung her, würde ich dann so entlang laufen, kann ich das noch ein bisschen drehen, ja, kann ich, dann lassen wir es doch eher so laufen, so, ja, so kann man das jetzt machen, tschak, Jetzt lege ich erstmal den Umriss fest, tschak, 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 schauen wir das Ganze mal ein bisschen an, tschak, 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 dann geht es da rein, okay, Machen wir erstmal einen Kasten, machen wir erstmal einen Kasten, den können wir dann immer noch ein bisschen variieren, Warte mal, ich muss mich mal ganz kurz um die Neuankömmlinge kümmern, wir schweben mal hier rüber und hole uns die schnell, so, So, dann geht es hier weiter, tschak, 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 so, jetzt müssen wir mal gucken, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle, Wenn wir mal so machen, so machen, so machen, machen wir das mal so, na komm, so, 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 Schatzkammer, ist bearbeitet, das ist gut, Setzen wir hier noch einen dran, und können dann hier, warte mal, ich gehe nochmal eins, so, so, dann lassen wir das hier weiterlaufen, So, 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 warte mal, das machen wir mal weg, und das machen wir mal weg, Krieg, kriege ich das hin, Ja, dann so, dann speichert das Spiel, jetzt ist der Block irgendwo hin, Zack, 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 Tüftel, tüftel, So, dann könnten wir doch hier eigentlich einen schönen Eingangsbereich machen, Und dann geht das hier nämlich dann wieder gerade weiter, So, und jetzt geht es in den Berg rein, So, wäre mal der erste grobe Umriss, und dann machen wir hier noch, Machen wir das hier, Wie machen wir das, das, da lasse ich es, Dann machen wir das so, und Dann muss ich jetzt schauen, da sind wir außerhalb, da geht's, Zack, zack, Dann hier wieder, zack, 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 so, und hier drüben hoffentlich, Ja, passt, dann können wir das hier nämlich zumachen, So, so, Das wäre jetzt mal so der erste grobe Umriss, Wird sich garantiert noch ein bisschen alles ändern, Hier könnten wir auch noch, Da muss ich mal gucken, Da könnten wir hier, oder hier, Warte mal, wir machen hier, Na komm, so, 1, 2, 3, Und dann machen wir es zu, So, Ja, 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 So, So, Und da drüben haben wir das gleich in grün, Ähm, Setzen wir es aber da an, Zack, 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 Und dann hier, Zack, 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 So, Ja, so kann man das doch erstmal lassen. Da muss ich nur gucken, wie ich das jetzt hier mit dem Übergang hinkriege, dass wir da hoch können. Da muss ich mal schauen, wie wir was machen. Entweder verkleide ich das, indem ich irgendwie ein Gebäude hinsetze. Mal gucken. Ich würde sagen, mal gucken. Mal gucken. So, ob ich es richtig. Jetzt. So. Damm, tadam. Damm, tadam, tadam, tadam. Blub. Ups. Blub. 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 Unzureichende Unterkunft. Oh, darum muss ich mich jetzt drum kümmern. Da muss ich mich drum kümmern. Ja. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir schon. Deswegen machen wir es doch so, dass die hier ihre Unterkunft kriegen. So. Äh, zack. Die kriegen aber was Einfaches. Nix Spektakuläres. So. Das setze ich mal hier so hin. Außerhalb des Territoriums. Jawohl. So. Bauen. Könnt ihr euch euer Haus gleich selber bauen. Und dann sollte das gewesen sein. So. Was ich immer noch mal ausprobieren möchte, ist, ob wir das schaffen. Ich habe jetzt das Terrain ausgewählt. Stein. Wenn ich das jetzt ändere. Und mache das so. Und mache das so. Habe ich dann die Möglichkeit. Nein, habe ich immer noch nicht. Schade eigentlich. Das wäre noch so ein. Das wäre noch so ein Ding, was mir jetzt persönlich echt fehlt. Dass wir quasi hier noch Grünflächen mit reinnehmen können. Oder einzelne Blöcke noch in der Textur umändern. Das fehlt mir auf jeden Fall. Aber es klappt so nicht. Schade. Schade, schade, schade. Das klappte nicht. Das ist so blöd. Das ist blöd, blöd, blöd. Oh. Oh. Wie habe ich das jetzt gemacht? Okay. Okay. Wenn ich das jetzt auf Bauen klicke, und das springt mir alles auf Gras um, kriege ich eine Krise. Okay. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, cool. Really cool. So, das können wir mal wieder machen. Wir brauchen aber nichts. Frage nach Fisch. Ja, die wollen ja auch mit uns Handel treiben, ne? Erhöht das Handelsvolumen mit Nerdberry. Wie handelt Ressourcen im Gegenwert von 500 mit Nerdberry innerhalb von 28 Tagen Erfolg. Handelsbonus von 25 Prozent, wenn Fisch gekauft wird. Ja, aber das brauchen wir doch gerade gar nicht. Ja, aber das brauchen wir doch gerade gar nicht. Das brauchen wir doch. Aber das ist jetzt, das kickt mich jetzt dann doch. Nur weiß ich nicht mehr, wie ich das jetzt hingekriegt habe. Ich lösche das mal lieber. Ich lösche das mal lieber wieder weg. So, so. So, zurück Terrasse. Äh. Okay. Okay. Nee. Wohin weg. Ähm. Jetzt. Jetzt bin ich wieder da. Ist das jetzt wieder Gras? Ne, jetzt ist es wieder Stein. Bin ich beruhigt. Dann bin ich beruhigt, dann können wir nämlich einen schönen Innenhof gestalten. Aber ich würde fast vorschlagen, ich fülle das Geländer jetzt mal ohne euch. Und bin dann gleich wieder da. Dauert ja nicht, aber das müsst ihr ja nicht miterleben. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Die Fläche ist gefüllt. Ja, kann man so angucken. Ich bin nur am überlegen, ob wir hier in dem Bereich nicht noch ein bisschen weiter rausgehen sollten. Das ist, äh, wäre glaube ich nicht so verkehrt. Muss ich mal gucken, ob das Sinn macht. Mal gucken, jetzt snappen die so. Gehen wir hier noch raus oder lasse ich das? Bin mir noch nicht ganz sicher. Komm, dreh dich mal. So, ähm, da, wir machen mal, oder, nee, machen wir nicht. Wir machen das so. So, 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 du da noch, der da noch, welcher noch. So, das sollte reichen. Aber ich muss ja auch gucken, ich habe jetzt nicht Lust da für die Ecke da jetzt extra nochmal Terrain zu kaufen. Ähm, da komm, jetzt machen wir das so, oder? So, 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 einmal drehen. Zack, so, so, dann einmal noch so, und einmal, äh, bitte. Ja, pfuh. So, dann hätten wir die Fläche. Das wäre es doch eigentlich. Ja, das lassen wir bauen. Ja, das ist eine coole Grundform, da kann man doch was draus machen. So, ähm, da sind die Brücken, also die Brücke drüben ist schon fertig. Die hier, da fehlt noch ein bisschen was. Das Haus ist gebaut, eingezogen sind sie. Jawohl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir hier auch das Lager mit einem Mann bestücken, der uns jetzt mal ein bisschen Zeug anschleppt. Stein. Wir werden behaunenden Stein brauchen und wir werden Bretter brauchen. So, was brauchen wir noch? Werkzeug. Werkzeug brauchen wir auch. So. Der kann uns das dann voll machen. Gut. Jetzt ist immer noch die Frage, wie kommen wir hier hoch? Wie kommen wir da hoch? Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir da hochkommen sollen. Kann ich so einen Block, wenn ich den gesetzt habe, noch nachträglich hochziehen? Wo ist denn der hier? So. Ja, geht. Da darf aber nichts anderes mehr passieren. Dann hätten wir die Höhe. Und wenn ich jetzt da eine Treppe vorsetze, nachdem ich sie gedreht habe, klappt das. Okay, das würde gehen. Okay, das würde gehen. Das würde gehen. Ich würde das aber nicht jetzt hier voll ballern, alles. Sondern was mir gerade einfällt, was wir machen könnte, wäre, dass wir hier quasi so einen abgewinkelten Weg hochbauen und dann da oben nochmal ein Plateau hinsetzen. Nur hier oben und der Rest bleibt grün. Und hier kommt dann Mauer außenrum. Das wäre nochmal was Cooles. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Na guck mal, diese nutzen jetzt beide Wege. Das ist gut. Aber das könnte funktionieren. Gut, das haben wir jetzt geklärt. Ist nur die Frage, wie gehen wir hoch? Ich würde fast vorschlagen, hier so hoch oder hier so hoch. Auf jeden Fall müssen wir hier ein bisschen weiter rein. Deswegen setze ich mir das Teil, am besten machen wir zwei. Hallo? Hallo? So, lassen wir es hier rauswachsen. So. Machen wir hier einen hin. Dann kommen hier die ersten Treppen hin. Warte mal, muss hier weg. So. Ne, komm. Schon richtig hin. Ist das richtig? Ja. Ist richtig. Dann können wir mal Ö drehen. So. Das passt. Und wenn ich dann da hinten... Wenn wir das hier so machen... Dann haben wir hier einen kleinen Weg. So. So. Das geht. Und dann... Das ist eine Möglichkeit, die geht. Dann kann ich hier wieder hochziehen. Mit zweien. So. Ne. Aber ich brauche die als Ansnapper jetzt erst mal... Warte mal. Ne. Die bleiben auf dem Niveau. Die nächsten kommen erst höher. Die nächsten kommen erst höher. So. Und so. Dann kommen hier zwei Treppen hin. Und hier noch eine Treppe. So. Ja. Das könnte doch wunderbar klappen. Wie schaut es da hinten aus? Da klappt es schon wieder nicht. Das ist auch blöd. Aber wir können hier tricksen. Wenn ich das nehme und dann hier höher gehe. So. Dann lass mal hier eine Treppe rein. So. Das passt. Das passt so. Dann hier noch eins hin. Hier eins hin. Hier eins hin. Da eins hin. Das muss höher. So. Hier eins hin. Da komm. Du bist doch nicht richtig. Hallo. Jetzt. So. Und dann nochmal zwei Treppen. Na komm. Richtig. So. So. Und. So. Jawoll. Schon imposant. Schon imposant. Ähm. Dann lassen wir das einfach hier gerade weiterlaufen. So. Einmal. Einmal so. Und hier können wir dann auf die Höhe gehen. Die wir brauchen. In der Hoffnung, dass die Treppe damit spielt. Reicht uns das? Ein bisschen knapp, ne? So. Ja. So. Bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Äh. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber. Vielleicht klappt es ja doch. So. So. Schade. Schade. Da also nicht. Wenn ich die lösche. Klappt es dann? Ne. Treppe an Treppe. Snappt nicht. Treppe an Treppe. Snappt nicht. Per Hand. Hallo. Da. Kommen wir auch nur so hoch. Klippen wir, ob er entpasst ist. Man sieht es so schlecht. Kann ich noch in Stücken Höhe? Ne. Ist eigentlich dann eher so. Aber die müssten doch da hochkommen, oder? Aber die gehen ja sowieso nicht hoch. Die gehen doch da sowieso nicht hoch. So. Na komm. Also jetzt könntest du aber hier nebendran ansnippen, ne? Hier so. So müsste es jetzt eigentlich passen. Das ist okay. Und hier oben können wir dann einfach so ein Plateau hinsetzen für den Turm. So. Machen wir vier. Und dann machen wir hier rund. Muss ich sowieso gucken, wie ich das mache. So. Das wird sich aber wahrscheinlich ganz sowieso noch ändern. Aber ich will zumindest mal so ein bisschen den Grundeindruck haben, wie das ausschauen könnte. So, dann machen wir hier noch. Wollen wir mal ein Bippel haben hier. Eins, zwei, drei, vier habe ich genommen. Eins, zwei, drei, vier. Fast zu viel. Ne. Machen wir hier lieber. Machen wir lieber hier Schluss. So. 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 Zumachen. So. Dann hier einmal rüber. Und so. Traumhaft. Traumhaft. Und dann machen wir zu. Oh. Das war nix. Das war nix. Der ist falsch. Ja. So. 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 No. Na komm. So. Hier noch. Da noch. Hier noch. Da noch. Hier noch. Und da noch. So. Was ist das jetzt erstmal bauen? Da gucken wir uns das Ganze mal an. Jawohl. Hat geklappert. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Da kann man doch was draus machen. Das ist gut. Hätte ich gesagt. Ja. Das passt. Das passt. Jetzt will ich nochmal was gucken, ob noch was anderes auch passt. Und zwar. Warte mal. Zack. Hallo. Jetzt. Wenn wir das hier so nehmen. Wie ist es? Hier so. Jetzt will ich nämlich mal gucken. Wenn das ausgewählt ist, dann rechnet er ein bisschen mehr als da was er soll. Nein. Nicht so. So. Hätte ich dich ganz gerne. Ja. So. Und dann. Wie snapst denn du dran? Du snapst so dran. Hier oben snapst du nicht dran. Dann ist das so. 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 Dann noch eine gerade Wand. Noch eine gerade Wand. Dann einmal hier gedreht. Und dann hier so ein Schluckstein hin. So. Und dann angeln wir uns mal irgendwie hier hoch. Bin mal gespannt, wie das jetzt klappt. Ich glaube, du musst dann so. Ja. So. Und. So. Doch nicht. Magst nicht. Nehm ich dich. Schauen wir mal, wie du willst. Du willst auch nicht. Doch. Da. 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 Schau doch jetzt aber ein bisschen komisch aus, ne? Der snap da ein bisschen komisch rein. Warum? Warum snapst denn du da so doof rein? Das darf doch gar nichts sein. Hallo? Ja. So, aber der snap nicht. So snap da. Ja gut. Kann ich da noch ein Schluckstein irgendwie so dazwischen, damit das nicht gar so blöd ausschaut? Ne. Keine. Kann ich natürlich nicht. Das ist falsch. Na komm. Jetzt. So. So würde es gehen. Ja. Da müssen wir halt irgendwie ein eigenes Geländer friemeln. Aber das werden wir hinkriegen. Das werden wir hinkriegen. So. Zack. Zack. Da haben wir es. Dann baue ich hier noch. Gerade. Hallo? Willst du hier nicht gerade? Warum willst du denn hier nicht? Weil das dann... Müsste doch gehen normalerweise. Ich probiere mal was anderes. Friemel, friemel, friemel hier. Da will er nicht so. Da will er nicht so. Da will er nicht. Da will er nicht. Warum nicht? Nur so. Höher ziehen kann ich es nicht. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ne. Was ist, wenn ich das so mache? Dann geht er bloß bis dahin. So. Das ginge. Warum gehst du denn jetzt nicht auf dieselbe Höhe? Dann könnte ich hier ein bisschen zumachen, ein bisschen rumtricksen. Das ist ja alles kein Ding. Aber warum? Will er nicht. Das will er nicht. Dann will er auch nicht. Nee. Da weigert er sich. Da weigert er sich. Wisst ihr was? Dann lassen wir den Teil hier ab hier weg. Dann muss ich selber ein bisschen was bauen. Dafür machen wir dann hier mal ein bisschen Ordnung. Indem wir uns hier einen Schlussstein setzen. Zack. 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 So. Da schaut es schon mal besser aus. So. Dann haben wir den Bereich hier. Kriege ich den gebacken oder auch nicht? Ja, doch. Hier geht es. Und dann glaube ich hier zu. Ja. Schlossstein. Zack. 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 So. Nee, warte mal. Das war jetzt falsch. Ähm. Da war jetzt gerade was falsch. So. Und gesetzt. Und ich kann es nicht bauen. Er lässt es mich nicht bauen. Irgendwas mag er nicht. Aber was? Was mag er nicht? Braucht es irgendeinen Abschluss? Oder oder? Nee. Braucht er nicht. Braucht er nicht? Gut. Dann schauen wir mal, ab welchem Zeitpunkt er sagt, ja. Darfst du? Dann müssen wir das halt mit der Hand ziehen. Dann ist das so. Er mag die Teile da dran nicht. Warum auch immer. Da ist noch einer. Habe ich jetzt alles weg. Okay, wenn ich jetzt abbreche. Hm. Kannst du mal nix, ne? Na egal. So. Also gut. Das hätten wir jetzt geschafft. Ähm. Düm, 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 düm. Das ist nur die Frage, wie wir hier die Übergänge dann hier machen. Da müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Äh. Ja, aber das werden wir schon hinkriegen. Das werden wir schon in irgendeiner Art und Weise hier hinkriegen. Ich probiere mal ein bisschen mit Mauern aus. Wie das klappern könnte. Wie das klappern könnte. Niedrige Steinmauer. Ne, wir brauchen dann schon kleine Steinbollwerk. Wenn ich mir das hier so hinsetze, dann schwebt es unglaublich unfassbar in der Luft. Und dann schaue ich das hier unten ansetze. Dann schaue das komisch aus. Ja, läuft. Dann läuft. Ich bin begeistert. So, was ist denn bei der Summe? Das geht. Wenn ich denn da hochgehe. Kann man das? Das schwebt doch in der Luft, oder? Gut, das geht also nicht. Aber das hier gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Deswegen, wie gesagt, setzen wir uns das hier so an. Ziehen das einmal hier so rüber. So. Dann hätten wir den Teil schon mal gemacht. Jo. Guck mal hin. Das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Wie machen wir das hier? Können wir da... Wenn ich das jetzt hier so ansetze. So. Warum schaut denn das so komisch aus? Hm. Hallo. Das schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Wohl in dem Bereich brauchen wir eigentlich kein Treppengelände, oder? Hm. Hm. Das machen wir hier mit Büschen weg. Ist nicht ganz so schön, dass das gefällt immer hier. Aber gut. Gut, gut. So. Wir kriegen jetzt hier das hin. Okay. Ich kann das draufsetzen. Schaut es dann besser aus. Es wird nicht viel besser. Gut. Hm. 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 Das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Das ginge. Speicher bitte. Danke. Das ginge. Wenn ich das hier so dran klatsche. So. Ja. Das würde gehen. Das kann man noch so anschauen. Ist zwar jetzt eine andere Farbe, aber gut. Damit kann ich, glaube ich, leben. Kompromisse müssen wir treffen. Hilft ja nix. So. Und dann bis hier. Muss ich noch ausrichten. So. Dann doch gleich hier entlang. Und dann hier oben. So. So. Dann hier oben. Ach guck mal. Da macht die. Ach guck mal hin. Ja, wie schön machst du das. So. Dann hier rüber. So. So. Und hier runter. Dann gehen wir da rein. Und hier runter. Mhm. Dann gehen wir hier rüber. Hier hoch. Warte mal. So. Feinjustierung kommt dann noch. Aber so kommen wir doch den Weg hier hoch. So. Und dann hier rein snappen lassen. Das hier wieder wegnehmen. Ja. Das klappt soweit. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Das schaut doch schon mal ganz nettig aus. So. Dann will ich aber gleich mal hier. Nehmen wir dann gleich mal hier dem Geflimmer seine Chance. So. 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 Und vielleicht noch eine andere Farbe davor setzen. So. Und so. 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 Ganz stark hier. Da können wir uns aber natürlich auch behelfen. naja. Ist ja nicht so. Ne. Das wir das nicht könnten. Dann nehmen wir hier mal so ein paar große. Die lassen wir hier so rein wachsen. Na. Nicht hoch springen. So. Andere Farbe bitte. So. Dann noch ein paar kleine. Ein bisschen verteilen. So. 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 Passt. Bauen. So. Da kann ich leider nichts machen. Ich kann ja da keine Büsche drauf setzen. Ich kann ja da keine Büsche drauf setzen. Ich schalte doof aus. Aber so. Kann man schon mal angucken. Das passt soweit. Doch. Ich bin ganz zufrieden. Hier könnte man vielleicht noch ein eventuellen Stückchen weiter raus. Jetzt muss ich bloß gucken ob ich das richtige erwischt habe. Natürlich nicht. War klar. Was ist mit dir? Du bist richtig. Ja. Aber du snapst so rein. Okay. Dann muss ich doch dich nehmen. Warte mal. Ich packe dich mal weg. So. 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 Jetzt. Jetzt ist es am Rand. Hier müssen wir es genauso machen. Ich muss mit der Ecke. Gehe hier noch ein bisschen weiter raus. So. Nein. So. 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 Und da oben auch noch. Nein. So. Perfekt. Perfekt. So. Dann hier noch vermitteln. Äh. Zack, 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 zack. So. So. Perfekt. Schön. Schön, 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 schön. So. Dann würde ich sagen, habe ich mir jetzt mal einen Schluck Kaffee verdient. Aber dann haben wir den Übergang geschafft. Ohne. Ich sehe alles hier mit den Terrassenplattenvollballer. Hm. Und es hat so einen leichten Burgcharakter. Das finde ich schön. Mhm. Das gefällt mir. Jetzt will ich mal was anderes ausprobieren. Ich schnappe mir mal das hier. Ich will mal was gucken. Wenn wir das so machen. Und ich setze es hier drauf. Einmal. Und zweimal. Ich springe das dann so hoch. Auch cool. Aber flimmert. Das flimmert. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das richtige schnappe. Ja. Das passt. Ne. Das flimmert zwar. Deswegen lassen wir das jetzt so. Das ist in Ordnung. Ja. Sehr, sehr schön. So. Wie schaut es mit dem Auffüllen aus? Haben wir jetzt schon mal ein bisschen Material nach? Jawoll. Haben wir. Läuft. Ja. Wir müssen ein bisschen mehr Einnahmen produzieren. Aber es ist okay noch. Also das gefällt mir richtig gut. Muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Dann können wir nämlich das Eck eigentlich im Prinzip auch verkleiden. Das geht. Damit das Grün da nicht so durchschaut. Und. So. 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 schön schön sehr schön so mag ich meinen schönen bau so soll es bitte schön sein ja das ist schön das gefällt mich gut okay dann würde ich sagen legen wir mal die grundlegenden bereiche dann mal fest wie wir das am besten machen wir haben also zwei kleine türme vorne und hinten dann würde ich ganz einfach her gehen und würde sagen in dem bereich kommt dann das wohnhaus hin ja dann müssen wir den turm hier hochziehen da bin ich gespannt wie das machen will obwohl warte mal ich habe eine idee ich habe nie die stone geht die ist auf jeden fall von nöten so und wir machen es light gray dark gray wooden red wooden red ist doch cool oder guten red kommen wir probieren mal guten red aus soll ja keine funktion haben habe ich aber nichts das haben es auch wieder ein bisschen blöd gemacht great hall treasury tax office bakery blacksmith und kommen die einfach was auswählen warum warum geht das nicht mal treasure ist doch immer wieder schön oder wie bist du groß du wirst jetzt so groß ist mir fast schon zu klein oder noch zu klein besser gesagt wenn wir einen großen turm hallo wir müssen sowieso einzeln bauen wir haben doch die runden plateaus wenn ich jetzt hergehe hatten wir nicht die auch in rund ich büte es mir gar förmlich ein haben wir das nicht und das sind ecken ok hier wie groß bist du und jetzt springt es natürlich weg das ist wieder ich hasse das so gucken was haben wir hier haben wir das ein stein simpel stein haben wir das ein big small 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 roundtowers super haben wir keine big roundtowers haben wir keine big roundtowers ach warte mal das ist small da hier hier sind wir bei big 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 roundtowers roundtowers stone floor roundtowers wooden floor das ist eigentlich uns vollkommen jacke wie wie schieß mich jetzt wird's veräppeln spiel das soll du willst mich doch veräppeln small big big wie groß sind die auch nicht viel besser, es wird nicht größer, also müssen wir, wir machen, oh, warte mal, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die klappen wird, ich weiß nicht, ob das klappt, das ist alles so mickrig, schreiben sie big hin und dann ist es eher mickrig, bickrig, neues Wort gefunden, bickrig, wenn wir jetzt hingehen, habe ich das auch in dreieckig, so wie bei den, haben wir das, haben wir das oder haben wir das nicht, nicht wirklich, nicht wirklich, also natürlich das Problem dann mit dem Dom obendrauf, mit dem Deckel, hm, 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 wir könnten aber hier noch eine kleine Mischung machen, dann kriege ich die Fläche da irgendwie voll, das ginge, small, small, da haben wir das, das pseudo big, Jojo, ist ja schon gut, dann machen wir es doch so, wir machen hier den Turm, hier so hin, so, lassen wir den hier bis hier hin gehen, so, ja, dann switche ich hier wieder runter, mit der hoffnung, dass wir gleich wieder finden, small, big, so, dann hätte ich nämlich ganz gerne hier ein bisschen Fachwerk, zack, zack, und so ein Fachwerk und einmal so ein Fachwerk, so, das ist doch schon mal nicht schlecht, ich würde ihn gar nicht höher machen, der ist schon hoch genug jetzt, so, und dann machen wir als Abschlusskranz eine Wuttenflor und diesen hier, und dann brauchen wir aber noch einen Deckel, ne, Bist du ein Deckel? Was ist, wenn man dich hier so drauf setzt? Dann schaust du komisch aus. Gut, den dann also nicht. Deckel. Round Deckel. Das sind eckige Deckel, das sind komische Deckel. Dann haben wir hier viergegen Deckel, brauchen wir einen runden Deckel. Ei, wo ist er? Ei, wo ist er? Ja, wo ist er? Da, das ist, und das ist, wenn wir das da mal, ja. So, dann hätten wir nämlich hier mal so den Turm, und wenn ich jetzt nämlich hergehe und sage, okay, Turm ist schön und gut, aber ich möchte noch sowas dann dazu. So, lass das hier so reingehen. Ist ja eh nur Deko. Ja, das habe ich nicht drauf geachtet. Da sind die Dinger, die man hochziehen kann. Juti, dann haben wir nämlich, ja, ja, dann haben wir nämlich das hier noch, und das hier. Da muss ich den Eingang nach da ziehen. Lass das hier so zur Hälfte reingehen. Hier ein bisschen rausgucken. So. Ja, passt. Und dann ziehe ich mir das hoch. Hoch. So. Ah, da muss ich bloß mit dem Fenster mal gucken. Obwohl, das kann man eigentlich lassen. Das kann man doch so weit lassen. Das ist doch gar nicht so doof. Nur der Eingang muss nach innen zeigen. Komm. So. Dann passt das. Sehr gut. Und dann setzen wir nämlich noch andere Sachen auch noch mehr dazu. Habe ich nicht. Haben wir nicht. Wollen wir nicht, können wir nicht. Das bist du. Du bist eher so rund. Äh, weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber wir können es ja mal probieren. So. So. Dann müssen wir da oben bloß zu machen. Da müssen wir da oben bloß zu machen. Aber da gibt es ja auch Zeug, oder? Lass mal gucken. Das nicht. Das auch nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Hier sowieso nicht. Ah. Na? Ich muss es doch zumachen können. Ich kann doch nicht einfach sowas hinstellen. Dann kann man es nicht zumachen. Das ist doch Quatsch. Die haben doch die anderen Deckel auch. Aber anscheinend haben sie dafür keine Wände. Haben sie nicht. Schade. Das ist sehr, sehr schade. Warum haben die das nicht? Nee. Kriegen wir nicht hin. Gut. Dann kommst du wieder weg. Dann machen wir nicht lange rum. Da machen wir nicht lange rum. Dann suchen wir uns lieber in eine andere Alternative. Damit wir hier noch ein schönes Gebäude nebendran schwetschen können. Am besten in Eggisch. In Eggisch. Habe ich gesagt Spiel. Ach. Das ist falsch. Ja. Sowas in der Richtung ist schon besser. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Da kriegen wir doch einen schönen Abschluss hin. Wenn man das hier ein bisschen rein reinsetzt. Dann kann man das so lassen. Hier wäre auch eine Tür. Dann setzen wir das Ganze noch ein bisschen höher. Schauen wir mal, dass die Tür da kommt. Die ich jetzt durch das Feld hier nicht sehe. Halt. Da war noch eine Tür, oder? Jo. Da gucken wir hin. Schaut doch gar nicht mal so doof aus. Das ziehe ich mir jetzt aber noch ein bisschen hier rüber. Dass die Tür da nicht so klebt. Genau. Das ist schön. So lassen wir das jetzt erst mal bauen. Das ist vollkommen in Ordnung. Jo. So soll es sein. Verschönern können wir ja danach immer noch. Oder mache ich das gleich mit? Ne. Ich will jetzt mal gucken, wie es ausschaut. So. Bauen bitte. Das wird jetzt dauern. Denke ich mal. Glaube ich. Dann können wir uns schon mal legen, welche Mauer wir da einmal rumziehen. Wie schaut denn dieses kleine Steinbollwerk aus, wenn es funktioniert? Will man das? Will man das so haben? Ich bin mir nicht sicher. Ne. Das wollen wir nicht haben. Weg. 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 Was ist mit der glorreichen Tavernenmauer? Das schon eher. Das schon eher. So. Bin einmal gesetzt. So. 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 Ich muss jetzt noch ein bisschen vermitteln dann. Ob das jetzt erstmal einen Eindruck davon bekomme, wie das dann so ausschaut. So. Mhm. Mhm. Geht's hier vorne hingehen. Hier so hin. Da so hin. Hier so. Da so. Verkehrt ist es nicht. verkehrt ist das irgendwie nicht. Das wären die Alternative. Da 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 da. Ah, da müsste ich jetzt glaube ich aus dem Militär noch breitschalten. da. Tü 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 tü. Stonegate. Ach nee, guck mal. Hier haben wir es doch. Hier haben wir es doch. Tak, 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 tak. So, komm. Tak, tak. So. Dann lass mich mal gucken, wie das ausschaut. Wenn wir das nämlich davor setzen könnten, wäre das nämlich ideal. Komm. Schade. Geht es nicht runter? Das müsste doch runtergehen. Aber das schaut ein bisschen blöd aus. Es müsste... Äh. Da, da. Guck, guck, guck. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Du musst nur wollen. Glaub an dich. Vertrau mir. Warte mal. Ich setz mit dem mal jetzt hier so hin. Kriegen wir das gebacken, dass es ganz runter geht? Nee. Der macht hier einen komischen... Der macht komische Knicksachen. Der macht hier komische Knicksachen. Könntest du jetzt mal... So. Okay, das war so ein Satz mit X. Wie ist es mit dem hier? Er würde vielleicht unter Umständen, wenn man es ganz behutsam setzt, ganz behutsam, so, dann hier so rüber, bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Nee, ich will das nicht. Nee, ich will... Nein, ich will das nicht. Ich will das... Nein, will ich nicht. Das ist... Nee, das ist hässlich. Das ist mir zu hässlich. Gut. Die andere Seite ist natürlich, wenn wir das hinbekommen würden könnten, das ist hier oben drauf. Aber dann wird es wahrscheinlich ewig hoch werden, ja. Ach, komm. Wir könnten es auch ein bisschen drüber stehen lassen. Aber dann sind die Zinnen weg. Da werden die Zinnen da. Also bis jetzt gefällt mir noch die Tavernenmauer immer noch am besten. Ich glaube, da experimentieren wir auch gar nicht lang rum. Wir machen das mit der Tavernenmauer. Ja. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Nee. Machen wir es nochmal neu und gleich vernünftig. Das habe ich jetzt ja nur gemacht, weil ich wissen wollte, wie die Mauer ausschaut. So. So. Dann ganz knapp hier ansetzen. Ja, nee. Ja. So. Kleine Runde. So. Und dann hier rüber. Ne, komm. So. Dann wieder eine kleine Runde. Dann wieder eine kleine Runde. Ja, so ist es egal. So. So. Und wir ziehen uns hier rein. Da so rüber. Hier entlang. Wir hangeln uns. Wir hangeln uns dem Ende hin. So. So. Dann hier so. Hier so. Das war nicht so. Aber wir können dann hier so. Nee. So. Für die Kanten muss ich mir dann noch was überlegen. Gut. Gut. Dann hier noch ein bisschen rein. nein 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 so jetzt passt hier auch noch ein bisschen und hier haben wir noch ein Und ansonsten passt das. Hier ein bisschen vorsichtig reinziehen. So. So. Jawohl. Oh, das schaut aber echt gut aus. Das macht was her. Mein lieber Schollider. Da, schau dir mal hier. Das gefüllt man. Das Morgi. Das Morgi gern. So soll das sein. Tralali. So. Hier noch ein. Nein. So. Und dann. In einem dünkleren Farbton. In einem Kleid. Noch hier hin. Als kleiner Augenschmaus. Noch hier hin. Und dann passt das. Ja. 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 Fast. Fast. Bin mit der Ecke nicht zufrieden. Warte mal. Wo war das? Wo ist hier mit drin? Oh, nee, nee, nee. Quatsch. Das war. Das war. Probieren wir das hier mal. Waren da nicht die Sträucher? Ja. Da waren sie. Da waren die Sträucher. Die setzen wir hier noch mit rein. Zack. Die schweben nämlich nicht ganz so arg. Dann kommt der hier noch mit rein. Vielleicht ein bisschen so gedreht. Zack. Jupp. Und was haben wir hier? Bären braucht kein Mensch. Nehmen wir den unbekannten Strauch. Den keiner kennt. So. Jo. Jetzt schaut es gut aus. Jetzt kann man das so lassen. Jo. Das passt. Schön. Echt schön. Muss ich mich mal wieder selber loben hier. Warte mal. Hier haben wir noch... Komm. Das hat jetzt doch hier aus der Ferne geflimmert, oder? Na ja, da müssen wir zum Schluss mal gucken. Bei dem großen Rundgang dann. Aber ja. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass es jetzt unterschiedliche Farbtöne hat. Das ist halt der Stil von der Burg. Aber. Wir kommen der Sache hier näher. Dann haben wir hier noch so die ganzen Bereiche da. Ja. Das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich gehe mal schnell einen neuen Kaffee machen und bin dann aber gleich wieder da. Bis dann. So. Da bin ich auch schon wieder. Gut. Genau so machen wir es nämlich jetzt mit dem Wohnhaus hier hinten. Da müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt erstmal generell schauen wollen, wie wir das mit den... Mit den Mauern machen. Welche Mauern wir da jetzt explizit nehmen. Mauer. Weil die Tavernenmauer ist mir da ein bisschen zu simpel. So. Was ist denn da mit? Wie hoch bürsten? Schockenlocker. Das wird hoch. Ich hoffe, verdammt hoch. Aber es ist ein bisschen kleiner. Spiel. Ja. Haben wir. Haben wir. Haben wir. So. Dann würde ich nämlich hier so rumsetzen. So. Hier entlang. Da so. Hier so. Ah. Jetzt machen die da so einen komischen Knick rein. Das ist natürlich doof. Wie ist denn das, wenn man das jetzt einzeln setzen würde? Würde die dann auch diesen Knick machen? Und zwar, wenn ich jetzt sage, okay, ich setze jetzt hier ein Stück an. Das hier rüber. So. Schnapp mir das Teil. Snapp das hier so rein. Dann schaut es noch schlimmer aus. Hm. Das ist doof. Das ist doof. Das ist andersrum. Das ist noch dömer. Das ist ja doof. Kriege ich den Knick vielleicht durch Schieben weg? Ich snapp den mal hier so ein. Schnapp mir dann den hier. Ne. Ne. Ich könnte aber so kleine Türme hier davor setzen, dann würde es nicht auffallen. Zumindest bei den Außenkanten. So, wenn ich jetzt hier hingehe. Hier so. Oh, Entschuldigung. War falsch. Ich weiß. So. Und Snapp das dann da dran. So. Da passt das. Da passt das. Zumindest von Außen passt es. Aber. Innen ist halt doof. Hm. Das kriege ich auch nicht so gut weg. Ich kann ja nicht an jeder Ecke jetzt irgendwie so einen kleinen Turm hinbauen, oder? Oder? Wie ist das bei den geraden Verbindungen? Also sprich bei dem dann. Na komm. Ne. Ich muss also quasi wirklich an jeder Kante und Ecke irgendeinen Turm hinsetzen. Hm. Wollen wir das? Ne. Weißt du was? Ich hab ne andere Idee. Ich hab da ne andere Idee. Das bringt uns nämlich hier nix weiter. Das bringt uns nicht weiter. Das ist zu klein. Schon sehr klein. Obwohl. Da gibt es aber wenigstens nicht diese hässlichen Kanten. So. 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 Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Wie ist das? Äh. Mit der Kurbel. Ja. Das funktioniert. Das könnte gut funktionieren. Ne komm. Splitter dich einmal gescheit auf. So. So. Dann erstmal so. So. Ja. 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 Das ist okay. Dann so. 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 Mmh. So. So. ja doch ich würde sagen das kann man so lassen ich hätte mal gesagt das lassen wir jetzt mal vorläufig so was ich mir nämlich jetzt dann überlegt hatte war dass wir ja hier dann auch noch zu machen müssen das bedeutet dass wir bis hierhin gehen warte mal anders ich setze es hier schon an so und lasst es dann hier so runter gehen so so bis hierhin gut dass wir der eingangs bereich hier den musik anders gestalten halt stopp so so und jetzt würde ich ganz gerne was probieren indem ich mir hier ein stück hinsetzt so das stück weg macht mir dann die ecke hier schnapp die da rein baller da kommt das hier so rüber gehen lassen doch schon mal nicht schlecht hier können wir dann jemand neuen mal dass das nicht so auffällt ne 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 das haut nicht hin das haut so das war jetzt zu viel das war jetzt ein bisschen zu viel so okay doch das geht das geht das geht typ 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 so gut so und dann nochmal die stone ich mache jetzt mal alles so mit separaten ansätzen was haben wir gesagt wir machen wurden red oder hatten wir wurden red ich glaube ja ne wurden red dass man da immer eine funktion auswählen muss treasury ist das so so und jetzt muss ich mal gucken wie ich das mache ich glaube wir bauen das lieber per hand das macht mehr sinn wir bauen es per hand du hier das hängt an zwei seiten über das hinten und vorn hang't über nicht das muss man wollen dann ist nicht dass also All Sides, nee. Nee, nee, nee. Diesmal brauche ich was Kleines. Jetzt brauche ich was Kleines. Small Tower. So, da sind wir zu Hause. Small Tower, genau. Das brauche ich. Den setzen wir uns nämlich hier so schräg an. So. So, besten Kante auf Kante genäht. Da muss ich mal gucken, wie es hinten ausschaut. Ziehen wir uns das gleich hier mit ein bisschen höher. So. Hinten wird es passen. Vorne wird es auch passen. Vom Ding her passt es noch nicht ganz. Wir müssen so parallel werden. So. Dann hier ein bisschen vorziehen. So. Jetzt passt es. Das passt. Ein bisschen hoch, ne? Oder? Wollen wir mal. Keep large? Nee. Small. Please give me small. Small. Da. Haben wir. Haben wir nicht. Schade aber auch. Das wird zu groß sein, oder? Das will er gar nicht. Das will er gar nicht. Und du so? Oh, ich hab. Ja. Entschuldigung, Jeffrey. Mir fehlt es in dem Augenblick wie Schuppen von den Fischen. Dann geht es ja doch. Ja. Passt. Nee. Muss ich das doch ein bisschen höher machen. so. Und dann wieder scrollen. Scroll, 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 scroll. Dann setzen wir es nämlich hier oben an. Ja, das ist doch schon mal was anderes. Das schaut doch ganz gut aus. Gibt es da noch einen Deckel für? Gibt es da auch einen Deckel? Dafür gibt es auch einen Deckel. Guck mal. Da haben wir doch einen schönen Deckel für. Ähm, ja. Oder auch nicht. Schade. Schade. Nee. Dann machen wir es anders. Dann nehmen wir den Teil hier wieder runter. Speichert. 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 Guck mal. Das geht doch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Du bist so ein Überstand, oder? Du bist doch so ein Extension. Genau. Jawohl. So ist das fein. Na komm. So. Und hier noch. No. Einmal hier noch. Und einmal hier noch. So rumgedreht. Perfekt. Ja. Und wenn wir das links und rechts machen, dann schaut das doch eigentlich ganz akzeptabel aus. Hätte ich fast gesagt. Und dann kriege ich eventuell auch das Tor hier rein. Dann ist das doch super. Ah. Hat nicht jeder. Das hat nicht jeder. So. Wir hatten genommen den hier. Haben uns den so gedreht. und ich setze den bewusst jetzt erstmal so an. So. Weil ich muss jetzt gucken, wie ich das mit dem Eingang mache. Wie machen wir das mit dem Eingang? Weil wir haben ja eigentlich im Prinzip nicht so wie Falltor oder doch? Aber doch. Hatten wir das nicht? So ein falliges Tor? Ich bilde mir ein, das hatten wir. Stonegate. Wo ist denn das? Da. Das hätten wir. Warum ist denn das hoch? Okay. Das snapped. Nur nicht so, wie wir es haben wollen. Okay. Dann würde ich sagen, brauchen wir das passende Ding dazu. Hatten wir nicht bei den schmalen Dingern? Oder wo haben wir was denn hier? Hier haben wir noch Tore. Gate with Stone Roof. Ich nehme mal das hier. Ach, guck mal. Guck mal. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Da gibt es garantiert was Schönes, was man da oben hier noch hinsetzen kann. Das ist doch was Feines. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja. So. Okay. Das willst du, glaube ich, nicht? Oder? Oder doch? So. Soll das so? Soll das so? Ich denke nicht, ne? Ich kann es mir nicht vorstellen. In der Mitte flöpft es nicht. Das flöpft nur außen. Wenn ich es so rum mache. Ja. Perfekt. Perfekt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Hallo. Nein. Nein. Ja. Jetzt hoch. 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 Warum wird das jetzt so unterschiedlich? Weil ich es jetzt anders gesnippt hatte, ne? Äh? Äh? Nee. Du warst doch gerade anders. Spiel. So vielleicht. Und dann? Nein. Oh. Ein Ding mache ich noch. Nee. Das snappt mir nicht in der gleichen Höhe. Hm. Das muss jetzt einfach nur ein bisschen höher hier rein snappen. So. Nee. Das passt auch nicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kann ich hier vielleicht noch einen Deckel draufsetzen? Natürlich kann ich. Natürlich kann ich. Und dann könnte ich doch eigentlich rein theoretisch mir hier die Ecke schnappen. Und die hier so reinziehen. So. Das ginge. Dann haben wir halt nur so ein Türchen. Aber das passt doch. Das ist doch ganz nett. Ja komm. Das bauen wir mal. Das lasse ich bauen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Dann kriegen wir hier mal so eine richtige Burg hin. Dann hier hinten noch so ein schönes, hohes. Oh. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Oder wie war das? Das ist doch ganz gut. Tü 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 tü. Ne? So. Jetzt. Schon erschrocken, ey. Jawohl. Das wird doch ganz gut. Das wird doch ganz nett. Nett, 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 nett. Ich brauche trotzdem noch zwei Türme. Ich brauche eine hier und ich brauche eine da. Ja. Hm, 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 hm. Mhm. Ja, doch. Das macht sich doch eigentlich gar nicht so doof. Das gefällt mir doch schon ganz gut. So, jetzt mal was willst du? Eisenherz für den Bischof. Haben wir? Haben wir Eisenherz für den Bischof? Haben wir. Jede Menge. So, Eisenherz. Verkauft. Sehr gut. Gibt wieder Points. Das gibt wieder Pünktchen. Ja, aber das ist doch perfekt. Das ist perfekt. So mag ich das. Das warten wir mal, bis die das Tor gebaut haben. Und dann gucken wir mal, ob ich das auch wirklich mag. Da müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich gerade jemanden am Handy antworten. Kleiner Augenblick. Udo Momento. Bin aber bei euch. So. 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 Gut. Ne, da warten wir jetzt mal ganz kurz. Eimann frei. Ja, das könnte ein schönes Torhaus werden. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hier noch ein bisschen schöner hinkriegen. Aber das, denke ich, dürfte kein Problem sein. Dann, was ich mir schon überlegt habe, ob wir hier nicht einfache Wohnhäuser mit hinmachen. Und ob wir nicht hergehen und ein oder zwei Gewerbedinger, wie zum Beispiel, ähm, ja, den Schuster oder so mit ansiedeln, damit wir hier ein bisschen Leben reinkriegen und hier so einen kleinen Markt, ne, einen Burgmarkt veranstalten. Da muss ich mal gucken, na, da muss ich mal gucken, na, da muss ich mal gucken, da muss ich mal gucken, wie wir das machen. So. Aber, das hat Potenzial. Ich würde sagen, das hat Potenzial. Und hier, wie machen wir das hier zu? Ich würde sagen, das machen wir hier so zu. Nein, 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 du springst mir da nicht drauf. Schade, dann sieht man aber jetzt dann die Holztröppe nicht, aber das ist eigentlich egal. Lass mal dann hier so. Na, komm. Ne. Ach, schade. Schade. Dann müssen wir das doch irgendwo so. Und dann habe ich so eine blöde Lücke drin. Das mit der Lücke ist doof. Das mit der Lücke, das ist doof, doof, doof. Das ist echt doof. Will ich das? Will ich das? Will ich das? Ich weiß nicht. Hier hat man auch eine Lücke. Ah, nee. Nee. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Hallo. Hallo. Geh weg. Hallo. Jetzt. Ich bin schon erschrocken. Ich dachte, es ist jetzt mal noch irgendwas weggerissen. So. Dann packen wir das nämlich hier weg. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich weiß nur noch nie was. Das ist doof. So doof. So doof. Ich muss hier sowieso mal einen Spalt offen lassen. Hallo. Ach, spiel. So. Gehen wir es halt nochmal an, ne? So. Das snappt dann hier so rein. Schaut dann total bescheuert. Ja, klar. Ja, klar. Schau mal, das Ding können wir sowieso wegmachen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wenn wir das jetzt hier mit der Mauer machen. Dann haue ich das nochmal weg. Und das nochmal weg. Und das nochmal weg. Dann fangen wir nochmal neu an. No, 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 no. So. So. Ah. Super, Lotte. Warum kannst du hier nicht unten einfach bleiben? Und schön ausschauen. Warum geht das nicht? Ne, ne? Du willst da unbedingt hoch. Ah. Das sind halt so die kleinen Dinge, die dich dann teilweise leicht wahnsinnig machen. Aber gut. Dann ist das so, ne? Wie ist denn das, wenn ich das so mache? Na, komm. Dann geht es nur bis da hinten. Ich brauche hier also auch noch einen Turm. Okay. Wird ganz schön türmisch. Türmisch. Dann kommst du weg. So. Dann setzen wir hier nämlich einen kleinen Turm hin. Und dann sollte das passen. Wir müssen halt solche Sachen wirklich kaschieren. Hilft nix. Hilft uns nichts. Oder nee, das schaut doch irgendwie blöd aus für mich. Warte mal. Das ginge. Das ginge. Stück zurück. Habe ich nicht hier was lange Schlankes gehabt? Was hier so davor stehen kann? Na komm. So. Ja, da könnten wir das doch eigentlich ganz gut kaschieren mit. Das könnte gut funktionieren. Was ist mit dem Buchen? Ne. Ne. Buchen nicht. Die Buche, Buche, Buche nicht. Aber die Böcke, lassen wir mal so. Äh. Böcke, A. Okay. Machen wir doch hier ein kleines Ensemble. Machen wir doch ein kleines Ensemble. Und setzen hier noch Nass da hin. Lassen wir das mal bauen. Und dann lassen wir uns mal gucken. Ja. Das geht. Das geht und schaut eigentlich gar nicht mal so doof aus. Jo. Dann kann ich aber hergehen und kann... Wo ist es? Wir hatten doch noch hier so ein kleines Stück drin. Das hier, ne. Dann verändert sich nämlich das auch. Dann kommst du nämlich weg. Und dann muss ich das nämlich hier noch ein bisschen gerade ziehen. so. So. Genau. Dann können wir hier nämlich das... ...Einturm hinsetzen. wieder drüben. Und dann haben wir nämlich zwei Eingänge. Und so würde ich das fast lassen. Ja. Ich würde das so lassen. Wie schaut es hier aus? Ups. Ja. Doch. Es weiß zu gefallen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das mit den Abschlüssen hier einigermaßen schön hinkriege. Dass das noch was ausschaut. Aber... So kann man das doch im Prinzip... ...lassen. Ja. Das ist gut. Das nehme ich. Das kaufe ich. Das ist gekauft. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur das gleiche Torhaus wie hier drüben. Blöp. 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 Da müssen wir kaschieren, glaube ich. Schaut irgendwie komisch aus. Warum schaust du so komisch aus? Oh. Es schwebt ein bisschen. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, was hatten wir denn da gehabt? Äh... Bunret ist klar. Wir hatten Treasury. Weil was anderes brauchen wir nicht. So, was hab ich denn da genommen gehabt? Was hab ich da genommen? Da hatten wir doch... Ähm... Das hier. Für die Türme. Und dann haben wir das hier. Das ist zu klein. Hab ich die von da oben genommen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Large Gate. Genau. Zack. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. So. Dann würde nämlich... Das Torhaus hier so stehen. Lass mal gucken. Ja. Dann geht die neue Brücke quasi hier so rum. So. So lassen wir das. Das war jetzt nur ein bisschen höher gezogen, oder? So. So. Ne. War nicht höher gezogen. So. Und dann hab ich doch gesagt... Nehmen wir sowas. Ne, Quatsch. Hier. Muss ich gucken. Hier. Das haben wir genommen. Drauf gesetzt. Und wir haben uns dann hier so einen Deckel genommen. Einen ganz einfachen lumpigen Deckel. So. Das ist jetzt ein anderer Deckel. Aber auch nicht schlecht. Passt, glaube ich, sogar ein bisschen besser, finde ich. Okay. Wenn wir das nämlich so haben. Und ich gehe dann her. Und sage... Hier. Warte mal. Ich muss jetzt was anderes machen, Spiel. Wir... Wo ist es? Warte mal ein bisschen drüber. Jetzt speichert er. Jetzt speichert er. Wenn wir das hier wegnehmen. So. Dann haben wir hier das Tor aus. Okay. Soweit. So gut. Und dann, hab ich ja gesagt, haben wir uns das selber gebaut. Small. Da ist das smalle. Small. Das können wir hier ansetzen. Dann hochziehen. So. Nicht so. Ne, warte mal. Da machen wir es so. Dann scrolle ich da wieder runter. Falsch. Ich bin zu weit, oder? Ich bin doch schon zu weit. Ich bin doch schon zu weit. Main Building. Keep a large gate. Ne, war doch nicht so weit. Scroll, scroll. Da sind wir daheim. Da sind wir daheim. So. Und dann den hier so hinten. Oder weiter vor. Ich würde den fast hier mal. Und dann hier so drüber. Genau. Passt dann noch ein bisschen die Mauer vermitteln. Das passt dann auch. So. Nun. Dann wollen wir mal gucken, was wir da oben drauf battern. Was bappen wir denn da oben drauf? Diesmal würde ich sagen, nehmen wir einfach nur, weil das ja eigentlich mehr oder weniger nicht der Haupteingang ist. Bappen wir einfach den Deckel drauf und dann ist gut. Tut tut. Guck. Guck. So. Hier können wir schon mal die Fenster reinballern. Zack, 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 zack. Was nehmen wir denn da? Komm, dann nehmen wir die Holzdinger. Die machen sich immer ganz gut, finde ich. Bin ich da richtig? Ja. Hier. Das ist gut. Gut. Hier haben wir ja das Ding da drauf. Das ist soweit gut. So. Wo war jetzt das Eisengitter? Da. Da haben wir das Eisengitter. Warte mal, ich muss es einmal drehen. Dann sollte es snappen. So. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hatten wir nicht auch Türen? Wir hatten auch Türen. Die pappen aber hier nicht. Da muss ich dann... Ne, da machen wir andere da. Gut, lass ich bauen. Lass mal bauen. Das kommt dann hier so auf. Das könnte knapp werden. So. So. Ne, das geht noch. Das geht noch. Das ist schön. Tada. Tor unten, weil keiner kommt. Das ist okay. Ja. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Sehr, 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 sehr schön. Formidable. So. Und schön Screenshot. So. Gut, Kinders. Dann würde ich sagen, haben wir die zwei Stunden geschafft. Ich wünsche euch einen wundervollen Silvesterabend. Habt viel Spaß. Ne, kommt mir gut rüber ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann morgen, also ein Jahr später, zu einer neuen zwei Stunden Sonderfolge. Und dann bauen wir hier schön weiter. Und dann denke ich, werden wir fast fertig werden. Habe ich mal so den Eindruck. Ne. Also gut. Wie gesagt. Habt eine schöne Silvesternacht. Ne. Kommt mal wie gesagt heil und sicher rüber ins neue Jahr. Und dann freue ich mich ganz doll auf euch, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ne. Also. Bis dann. Tschüss. Happy New Year. Demnächst. Ich stoße im Geiste mit euch an. Okay. Also dann bis dann. Tschüss.